Wahrnehmung des oberen Rückens. Sie liegen auf dem Rücken ganz entspannt, vielleicht mit einem kleinen Kissen unter dem Kopf und nehmen mal den oberen Rücken wahr. Die Brustwirbelsäule in der Mitte, die Rippen rechts und links davon, die rechte und die linke Schulter. Vergleichen Sie die beiden Rückenseiten, wie liegt die eine Seite auf und wie die andere und spüren Sie, ob beide Seiten sich gleich mitbewegen, wenn Sie atmen. Bleiben Sie noch zwei, drei Atemzüge, liegen zum Spüren.